Das Ziel ihrer Hochzeitsreise steht wohl erst seit ein paar Stunden fest. Beobachtungen heute Nachmittag an der Grenzübergangsstelle Zarentin. In mehreren Spuren werden die Reisenden abgefertigt, die fast ohne Pause hier anrollen. Mit Pkw und auch mit Motorrädern. Kurz vor 16 Uhr machen wir diese Bilder an der A16 der Autobahn nach Hamburg bei Zarentin. Nur sehr langsam setzt hier am VP-Kontrollposten eine Beruhigung im Fahrzeugstrom ein. Untertitelung. BR 2018